Jeder Mensch, wie es so schön auch in der Tora, also in der Bibel heißt, jeder Mensch ist eine ganze Welt, ja. Und du musst diese ganze Welt langsam aufblättern, langsam, mit viel Geduld, viel Fingerspitzengefühl. Und was dann rauskommt, ist oft, und wenn noch dazu, wenn dir die Menschen sehr nahe sind, ist es halt sehr schwer zu ertragen oft.